Wir haben sie, Herr Pisman. Wir haben sie. Jetzt ist es aus mit He-Man und seinen Freunden. Außen vorbei. Gegen Millionen von Wespen hilft kein Schwert. Ja, es ist vorbei. Wirf jetzt die Bomben. Ja, die Bomben. Äh, Skeletor. Ja, was ist? Welche Bomben? Welche Bomben? Hast du den Verstand verloren? Die Honigbomben. Ja, ja, ja. Die Honigbomben. Ja, ich werfe die Honigbomben. Aber pass auf, Pisman. Du musst die Plattform treffen, auf der He-Man, Man at Arms und Orko stehen. Ja, Skeletor. Äh, warum? Pisman, du bist der größte Duckkopf, der mir je begegnet ist. Ja, Herr. Also, pass auf. Ich erkläre es dir noch einmal. Der Honigbomben. Der Honigbomben soll die Plattform hoch oben auf dem Wespenturm bedecken. He-Man und Man at Arms sollen im Honig warten, wenn Millionen und Abermillionen von Wespen kommen. Und den Honigbomben fressen. Nein, nein, sie sollen den Honig nicht fressen. Der Honigbomben soll sie nur anlocken und aggressiv machen. Sie sollen He-Man, Man at Arms und Orko stechen. Das siehst du. Drei töten. Und der Honig. Ach, den können die Wespen von mir aus anschließend fressen. Jetzt werfe endlich. Ja, ich werfe. Nur noch einmal naschen. Nein, Pisman, nein. Warum nichts, Skeletor? Ach, du machst mich wahnsinnig mit deiner Dummheit. Bye. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020